Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Friede sei mit. Ja, ich danke für die herzliche Begrüßung und ich darf verraten, ich bin gern hier hingekommen heute Morgen, um euch zu begegnen, euch jugendlichen jungen Christinnen und Christen das Sakrament der Firmung zu spenden. Im Moment geht es mir wahrscheinlich gar nicht so viel anders als euch auch. So richtige Begegnungen gibt es fast gar nicht, deswegen ist das schon eine außergewöhnliche Situation. Aber wir tun es wirklich in aller Vorsicht. Ich sage auch gerne immer am Anfang des Gottesdienstes den Stand der Dinge, dass ich heute Morgen noch negativ getestet bin. Also insofern geht von mir jetzt hoffentlich keine große Gefahr aus, das sage ich auch schon mal. Aber wir haben ja auch dadurch, dass wir hier im Freien den Gottesdienst feiern können, glaube ich, unter diesen Bedingungen eine gute Möglichkeit. Ja, liebe Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder, euch darf ich sehr herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Es ist der vierte Sonntag der Osterzeit. Da gibt es in den Evangelien, im Evangelium und in den Lesungstexten so ein Motiv, nämlich das Motiv des guten Hirten. Über diesen guten Hirten lohnt es sich auch am Tag oder gerade auch am Tag der Firmung ein wenig nachzudenken. Der Hirte, der für uns da ist, der uns liebt. Ihm wollen wir jetzt begegnen und in den Kyrie rufen, sein Erbarmen erbittet. Herr Jesus Christus, du kennst uns? Weiß und weiß. Herr Jesus Christus, du schenkst uns deinen Schöpfern, den Geist. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du rufst uns, dir auf den Weg des Friedens und der Liebe zu folgen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der Herr, erbarme sich unser. Er nehme Sünde und Schuld von uns, damit wir mit reinem und frohem Herzen diese Feier begehen. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, oh mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Herr, du kennst meinen Weg, oh Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest sie wahr. Und du führst mich den Weg durch die Wüste. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, oh mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Und du sendest den Geist und du sendest den Geist und du machst mich ganz neu und erfüllst mich mit deinem Frieden. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh Herr, deiner Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, oh mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirn. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, die ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt habt. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Er, Jesus, ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist mein Herd, der führt mich am Wasser des Lebens. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Holt, wer die will. So sollen sagen, die den Herrn fürchten, denn seine Holt, wer die will. Besser sich zu bergen beim Herrn, als zu vertrauen auf Menschen. Besser sich zu bergen beim Herrn, als zu vertrauen auf Fürsten. Ich will dir danken, dass du mir Antwort hast, du bist mir zur Rettung geworden. Ein Stein, den die Bauleute verworfen, er ist zum Eckstein geworden. Ein Wunder in unseren Augen, gesignet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn her. Mein Gott, mein Gott, mein Gott bist du, ich will dir danken. Mein Gott bist du, dich will ich erheben. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Holt, wer die will. Der Herr ist mein Herd, er führt mich an Wasser des Lebens. Halleluja, 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 Halleluja. Ich bin der gute Herd, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Halleluja, Halleluja. Herr, ich bin der gute Herd, ich bin der gute Herd, der gute Herd gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe in den Stich und fliegt, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er fliegt, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und fliegt, weil den Schafen nichts liebt. Ich bin der gute Herd, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wenn mich der Vater kennt, wenn ich den Vater kenne, wenn ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und eine die Hirte. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen kann. Niemand bedreist es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater gegeben. Evangelium, frohe Botschaft, unseres Herrn Jesus, Jesus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Amen. Liebe Frömmlinge, liebe Festgemeinde, es gibt sicherlich schlimmere Schimpfworte bei uns, als ein Schaf zu sein. Aber es gibt auch größere Komplimente, als wenn ich jemanden als Schaf bezeichne. Ich habe einen guten Freund, dessen Vater ist tatsächlich Schafzüchter. Und von diesem Mann und von seiner Familie habe ich gelernt, dass man Schafe wirklich richtig liebhaben kann. Vor einigen Wochen war mal in der Zeitung, im Magazin so ein Bericht einer Schriftstellerin, die sich an die Nordsee zurückgezogen hat und mal einige Wochen nichts anderes getan hat, als sich dort an den Deich zu den Schafen zu setzen. Und dann hat sie die Erfahrung gemacht, dass die Schafe tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Da gibt es die Frechen, die sofort kommen. Da gibt es die, die ziemlich deutlich signalisieren, dass sie eigentlich Fressen erwarten. Dann gibt es offensichtlich auch die Schafe, die sich das Ganze aus einer starken Distanz angucken und nicht so richtig an den Menschen rangehen. Aber so nach einigen Wochen zeichnete sich ab, dass es tatsächlich wohl einzelne Schafe gab, die sehr zutraulich waren und wurden, während andere tatsächlich auf Entfernung bleiben. Ich habe mich mal ein wenig im Internet getummelt. Ich bin jetzt auch nicht der Schafflüsterer sozusagen, auch nicht der Schafversteher, aber ich habe mich mal ein wenig im Internet getummelt. Es gibt tatsächlich eine Seite, wo man über Schafe und Schafzucht und Charakterzüge von Schafen aufgeklärt wird. Dort heißt es, tatsächlich ist eine Schafherde ohne den Hirten kaum lebensfähig. Schafe gehören zu den Tiergattungen, die sich an Menschen gewöhnt haben und von ihnen abhängig geworden sind. Schafe sind sanfte Tiere. Sie sind sozial und kennen Gefühle wie Angst, Wut, Verzweiflung, Langeweile, Ekel und Glück. Bei ihnen herrscht eine klare Rangordnung, die von den Stärkeren dominiert wird. Bei Gefahr suchen sie die Mitte der Herde. Das einzelne Schaf versucht also, sozusagen die andere nach außen zu drängen, damit sie selber nicht in Gefahr kommen. Das ist jetzt vielleicht kein so ganz sozialer Zug der Schafe, aber auch irgendwo nachvollziehbar. Sie sind von menschlicher Pflege abhängig und man muss ihre Sprache lernen, um ein guter Hirte sein zu können. Es braucht Geduld, Ruhe und Übung im Umgang mit den Tieren. Die Herde braucht unbedingt Schutz vor den Angriffen wilder Tiere. Allein kann ein Schaf praktisch nicht leben. Es ist ein versoffenes Herden. Irgendwie ging mir der Satz durch den Kopf, liebe Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder, Schafe sind irgendwie auch nur Menschen. Ich habe in diesem kleinen Artikel ganz viele Parallelen gefunden zu dem, wie wir Menschen eben auch sind. Das heißt, Schafe sind nicht einfach die dummen Wesen, die nichts verstehen. Offenbar auch sehr kluge Tiere sind. Am Ende tatsächlich diese Bemerkung, alleine können Schafe nicht sein. Ich habe in den letzten Wochen, vielleicht habt ihr das auch ein bisschen mitbekommen, mich in drei Aktionen mit der Situation der Jugendlichen und Kinder in dieser Corona-Zeit etwas beschäftigt. Wir haben letzten Sonntag, also letzte Woche Sonntag, Minecraft gespielt mit 50 Kindern und Jugendlichen. Da ging es jetzt weniger um das Spiel, als mit ihnen auch ins Gespräch zu kommen. Wie erlebt ihr gerade die Situation? Jugendliche haben mir zum Teil auch Briefe geschrieben. Herzliche Einladung auch gerne an euch, das zu tun. Briefe oder E-Mails, wo sie ihre Situation schildern. Es sind sehr hoffnungsvolle Texte, aber es sind auch manchmal sehr traurige Texte. Und in diesen Briefen und Mails, jetzt zum Beispiel der letzten Woche, sind auch einige dabei gewesen, wo Jugendliche sehr groß ihre Erfahrungen, und das werdet ihr wahrscheinlich auf die eigene Art auch machen, ihre Erfahrungen beschreiben, wie es ist, im Grunde allein zu sein. Und manchmal fehlen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die Freunde. Es ist was anderes, Freunde, Freundinnen zu treffen in einer Gruppe, in der Schule, oder man sieht sich nur auf dem Bildschirm oder hört sich am Handy. Das ist etwas anderes. Da ist mir nochmal deutlich geworden, Schafe sind auch nur Menschen. Auch wir brauchen diese Gemeinschaft so dringend. Wir sind nicht zum Alleinsein geschaffen. Jesus bezeichnet sich als der gute Hirt. Von all dem, was ich so jetzt über Schafe gesagt habe, stelle ich mir so vor, wie Jesus wohl diese Menschen gesehen hat, denen er begegnet ist. Er ist ihnen begegnet und hatte wahrscheinlich ein ganz starkes Gefühl dafür, was diese Menschen brauchen. Und er konnte diese Menschen nicht. Diese Erfahrungen haben viele von diesen Menschen gemacht. Sie sind zu ihm gekommen, sie haben ihn berührt. Sie haben genau bei ihm diese Beziehung, diese Gemeinschaft gesucht. Und sie sind nicht verletzt worden, sie sind nicht verraten worden. Und er hat ihnen diese Nähe, diese Berührung geschenkt. Offenbar hatten Menschen bei Jesus das Gefühl, dem geht es nicht darum, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, sondern dem geht es darum, dem einzelnen Menschen das zu geben, was dieser einzelne Mensch für sein Leben wirklich braucht. Manchmal wusste Jesus das wahrscheinlich besser als die Menschen selber. Und wenn Jesus gepredigt hat in den Synagogen, dann heißt es manchmal, die Leute hatten den Eindruck, der redet mit Vollmacht. Ein merkwürdiges Wort für uns, aber eigentlich ist damit gemeint, der redet nicht einfach so daher. Der weiß, wovon er steht. Und offenbar hingen die Menschen an seinen Lippen und egal, was er sagte, ob er auch ernste Dinge ansprach, ob er sie ermahnte oder ihnen auch wirklich Hoffnung und Mut machte, weil die Menschen hatten den Eindruck, ja, das passt für mich. Das hat sie fasziniert. Viele Menschen haben sich von diesem Jesus faszinieren lassen. Andere sind auch gegangen und haben gesagt, nein, der ist mir zu anspruchsvoll, das will ich nicht. Auch das ist heute, glaube ich, nicht wesentlich anders. Auch heute kann ich mich von diesem Jesus faszinieren lassen. Und es gibt immer auch Menschen, die sagen, nee, danke, das ist nichts für mich. Ihr habt euch heute zur Firmung entschieden. Es ist zumindest mal die Entscheidung zu sagen, doch, ich will diesen Jesus mit in mein Leben hineinholen. Ich will sein Angebot für mich da zu sein auch annehmen und mit ihm meine weiteren Wege gehen. Und da mögen viele Fragezeichen sein und auch Glaubenswege gehen durch Höhen und Tiefen. Es gibt Zweifel, es gibt tolle Erfahrungen. Aber Glaube geht am Ende wirklich nur mit dieser Bereitschaft zu sagen, ich möchte mich mit diesem Jesus beschäftigen. Ich möchte ihn in mein Leben holen, im Gebet, im Gottesdienst. Denn auch Christ sein kann ich nicht allein. Christ sein kann ich nur in Gemeinschaft. Christ sein kann ich nur, indem ich mit anderen unterwegs bin. Dass man sich im Glauben stützt, im Glauben trägt, im Glauben miteinander ist. Ich habe oft in meinem Leben erlebt, ich habe jetzt Gott sei Dank, das sage ich auch, nie die großen Glaubenskrisen durchgemacht. Aber ich habe oft in der Kirche auch die Erfahrung gemacht, bei allen Schwierigkeiten, die es in der Kirche gibt, dass dort Menschen sind, die mich wirklich an die Hand nehmen, in den Arm nehmen, wenn ich Hilfe brauche. Wenn ich jemanden brauche, der für mich da ist. Es gibt auch schlechte Hirten, von denen redet die Bibel auch. Das sind die Menschen, die andere nur bewerten nach ihrer Wolle und ihrem Fleisch, heißt es in einem Prophetenbuch. Das heißt, Menschen werden bewertet nach dem, was sie bringen, was sie mir bringen. Und solche Gefahren gibt es sicherlich heute auch. Zunächst einmal die Einladung, sich wirklich dem guten Hirten Jesus anzuvertrauen. Der euch beschützt, der für euch da ist, der mit euch geht. Und vielleicht ist, oder ganz sicher glaube ich sogar, ist die Tatsache, dass ich Jesus kenne, dass ich mich mit ihm beschäftige, eine gute Brille sozusagen, mit deren Hilfe ich dann schlechte Hirten erkennen kann. Es gibt Menschen, die einen verführen auf keine guten Wege, sondern die euch, die mich, eigentlich nur sehen von dem, was ich ihnen nütze. Wenn wir über Jesus, den guten Hirten, nachdenken und heute eure Firmung feiern, liebe junge Christinnen und Christen, dann geht es eigentlich auch darum, dass wir uns alle auch an diesem Hirtendienst Jesu beteiligen. Wir sind alle irgendwo ein Stück Schafe. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, das meine ich wirklich als ein Kompliment. Wir sind aber auch alle berufen, zum Hirten zu werden für andere Menschen. Menschen, die sich für andere interessieren, die versuchen, andere Menschen zu verstehen. Andere Menschen nicht nach ihrem Wert für mich zu beurten. Menschen nicht nur nach Stärke zu beurten oder Reichtum oder nach dem, was sie können. Wir sollen Hirten für andere werden. So wie ich, wie ihr, wie sie andere Menschen brauchen, so kann es auch sein, dass ich jemand bin, den andere brauchen. Und darum geht es heute in der Firmung. Dass wir einmal beschenkt werden, aber dass wir auch sensibel werden im Geiste Gottes für das, was andere brauchen. Und ich meine, dann ist dieses Bild des guten Hirten ein sehr schönes Bild für den Tag der Firmung. Und noch einmal, ich habe von diesem Schafzüchter gelernt, dass man als Hirte Schafe richtig lieb haben kann. Und genau darum geht es heute. Wir feiern genau diese Liebe Christi zu euch. Amen. Nun werdet ihr im Sakrament der Firmung den Heiligen Geist. Wir bekennen gläubig, dass der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn Gott ist und uns das Leben schenkt. Er besiegelt, was er in der Taufe an euch gewirkt hat. Deshalb bekennt dankbar den Glauben, den bei eurer Taufe, eurer Eltern und Paden bekannt. Da sagt er dem Satan und allen Verlockungen des Bösen. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat, gestorben ist und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters selbst? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der wie einst den Aposteln am Pfingstfest, so heute euch durch das Sakrament der Firmung in einzigartiger Weise geschenkt wird? Glaubt ihr an die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten, das ewige Leben? Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus bekennen. Herr, du bist mein Leben, du bist meine Zeit, du führst meine Wege und ich bin bereit, auf dein Wort zu hören, denn es leuchtet mir. Herr, du kennst mich von Anfang an und du führst mich zu dir, du befreist mein Herz von Angst, wenn du bei mir bist, Herr, ich bitte dich, bleib in mir. Du bist Mensch geworden, mitten in der Welt, Hast in Wort und Taten Gottesreich erzählt, bist für uns gestorben, damit der Hass nicht sieht, hast das Leid ertragen und gezeigt, dass du uns liebst. Du wirst wiederkommen, wenn die ganze Welt eins in Heil und Frieden lebt. Du bist meine Stärke, du bist meine Kraft, Herr, du bist mein Friede, nimmst mir alle Last. Ich will zu dir stehen, wie du zu mir stehst, denn ich weiß, dass deine starke Hand mich immer trägt. Herr, wenn ich versage, bleibst du doch in mir und du hilfst mir weiter zu gehen. Ursprung allen Lebens, dich bekennen wir, Jesus Christus, Bruder, auf dich hoffen wir, Heiliger Geist der Liebe, bleibe unter uns, dass die vielen Wege uns einmal zusammenführt. Wenn wir uns dann wiedersehen, frei von allem Leid, ist der Tod besiegt durch das Leben. Lass uns nun beten, Brüder und Schwestern, zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind, zu ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes, ehem. Beten wir einen Augenblick in Stille für unsere jungen Menschen hier, die heute das Sakrament der Führung empfangen, dass sie die Wegbegleitung und den Schutz und die Stärkung durch den Geist Gottes erfahren. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese Christen, unsere Brüder und Schwestern, in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht durch Christus, unseren Herrn. Geist der Frömmigkeit und der Schwestern, und der Schwestern, Vielen Dank. 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 Du bist Heilig. Du bist Heilig, Halleluja, für Sie, deines Sohne, uns, Eben, Geheimnis, Geden, und, und, in dein, und, 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 , und, 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 , , und, 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 , und, 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 , , und, , , und, , , , , , und, , und, , , und, , , , und, , , , , und, , und, , und, , und, , und, , , , , , und, , 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 ,, Herr, wir bitten, komm uns, segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In die Nacht der Welt hast du uns gestillt, deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, bitte in dem Leid, lass uns deine Brunten sein. Herr, wir bitten, komm uns, segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Herr, wir bitten, komm und singe uns, klinge auf uns deinen Frieden. Segnet alte Hände über uns, rühre uns an mit deiner Kraft. Klinge auf, 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 rühre uns an mit deiner Kraft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heiligen Gaben, deinem Volk, das auf dich kommt, deinem Volk, das auf dich kommt. Komm, bester, gröster, sieg der Erquickung, unsres Lebens guter Freund. Ruhe in Arbeit, Kühlung in Hitze, Prost, wenn du das Auge trübt. Trost, wenn du das Auge trübt, seliges Licht erfüllt, deinem Herzen, lehre die dir gläubig an. Nichts ist dem Menschen heil und beständig. Hilf so nicht mit deiner Kraft. Hilf so nicht mit deiner Kraft. Heiligen Gaben Wir sind hier und an dem Bildschirm zu Hause, liebe Gemeinde. Wir, die Firmlinge der Fahrgruppe Breuberg-Höchst, heißen alle herzlich willkommen und sind sehr dankbar, dass Sie, Herr Bischof, nur nach kleinen Umwegen in der Zeit unserer Vorbewaldung im schönen Odenwald angekommen sind, um uns in dieser speziellen Zeit das Sakrament der Firmung zu spenden. Vielen Dank auch an die Schwestern des Marienhauses für ihre Einladung, unsere Firmung hier in diesem schönen Garten empfangen zu können. Jetzt freuen wir uns allerdings darauf, hier an einem solch schönen Ort, unter dem feinen Himmel und bei solch schönem Wetter, diesen festlichen Gottesdienst mit euch allen, egal wie ihr euch gerade befindet, zu feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Friede sei mit euch. Ich danke sehr herzlich für die wirklich nette Begrüßung und auch für den schönen Rahmen. Da habt ihr schon wirklich recht, also der Odenwald ist schön und es scheint offensichtlich doch hier immer die Sonne. Also wenn ich hier war, war es immer schön, das muss ich wirklich sagen. Kann man auch heute sehen und schön, dass wir das so machen. Das hat ja auch unter Corona-Bedingungen auch nochmal den anderen Gesichtspunkt, dass wir doch, glaube ich, auch etwas freier sind in der Art und Weise, wie wir miteinander beten, als wenn wir in einem kleinen Raum, vielleicht grischen Raum wären. Vielleicht, das sage ich gerne jetzt vor solchen Gottesdiensten. Es ist völlig klar, ich bin heute Morgen auch getestet worden. Das heißt, ich bin negativ und habe damit die Hoffnung, dass von mir jetzt keine direkte Gefahr für euch aussieht. Das möchte ich doch wenigstens gesagt haben. Trotzdem halten wir uns selbstverständlich an alle Regeln. Ja, liebe Firmenkandidatinnen und Firmenkandidaten, liebe Festgemeinde hier und auch zu Hause. Von mir einen herzlichen Gruß an euch. Der vierte Ostersonntag, den wir heute haben, das ist ein Tag, an dem im Evangelium ein besonderes Bild im Mittelpunkt steht. Und ich meine, dass man an so einem Tag wie heute über dieses Bild auch gut nachdenken kann. Das ist das Bild von Jesus als dem guten Hirten. Das ist ein sehr schönes Bild, vielleicht ein bisschen fremd für uns geworden. Aber da steckt so viel an Gutem, an wirklich Tröstlichem und Hoffnungsvollem drin, dass das ein schönes Bild ist, um das für den Tag der Firmung auch mitzunehmen. Wir sind nun hier versammelt um den guten Hirten, der uns einlädt. Und wir wollen am Beginn des Gottesdienstes Jesus den guten Hirten um sein Erbarmen und seine Nähe bitten. Herr Jesus Christus, du kennst uns und weißt, was wir brauchen. Herr Jesus Christus, du rufst uns, dir auf dem Weg des Friedens und der Liebe zu folgen. Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich unser, ernehme alle Sünde und Schuld von uns, damit wir mit reinem und frohem Herzen diese Feier begehen. Amen. Dass du dich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh Herr, deiner Engel und himmlischen Herr. Dass er hebt, meine Seele zu dir, oh mein Gott, großer König, doch sei dir und mir. Herr, du kennst meinen Lieb und du liebst die Bahn und du führst mich den Weg durch die Wüste. Dass du dich einstimmen lässt in deinen Jubel, oh Herr, deiner Engel und himmlischen Herr. Dass er hebt, meine Seele zu dir, oh mein Gott, großer König, doch sei dir und mir. Und du sendest den Geist. Und du sendest den Geist und du machst mich ganz neu und erfüllst mich mit deinem Frieden. Dass du dich einstimmen lässt in deinen Jubel, Herr, deiner Engel und himmlischen Herr. Dass er hebt, meine Seele zu dir, oh mein Gott, großer König, doch sei dir und mir. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Herr. Beleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn und sein Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten. Wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen Jesu Christen, des Nazoreas, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auserweckt habt. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das Wort des lebendigen Gottes. Amen. 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 So sollen sagen, wie den Herrn fürchtet, denn seine Holte liebt. Besser sich zu bergen beim Herrn, als zu vertrauen auf Menschen. Besser sich zu bergen beim Herrn, als zu vertrauen auf Pfüsten. Ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst. Du bist mir zur Rettung geworden, ein Stein, den die Bauleute verwarten. Er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies gewirkt, ein Wunder in unseren Augen. Gesegnet sei, jeder kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn her. Mein Gott bist du, dir will ich danken. Mein Gott bist du, dich will ich erheben. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Holte liebt. Der Herr ist mein Herd. Er führt mich an Wasser, wie es liebt. Ich bin der gute Herr. Ich bin der gute Herr. Herr ist mein Herd. Ich bin der gute Herr. Er führt, der gute Herr stellt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirte ist. Und wenn die Schafe nicht gehören, wenn die Schafe im Stich fliehen, wenn er den Wolf kommen fliegt. Und der Wolf reißt sie und jagt sie außermann. Er fliegt, weil er nur ein bezahlter Knecht ist, und ihm an den Schafen nichts liebt. Und der gute Hirt, ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Und ich der Vater kenne, und ich den Vater kenne, und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören. Und dann wird es nur eine Härte geben, und einen kürzen. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freien Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater nicht. Evangelium, o Botschaft, des Herrn Jesus Christus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Liebe Filmlinge, Liebe Festgemeinde. Wenn ich jemanden als Schaf tituliere, dann gibt es sicherlich schlimmere Schimpfwörter im Deutschen. Die wollen wir jetzt in der Predigt nicht aufhören. Es gibt vielleicht auch schönere Komplimente, als jemandem zu sagen, du bist ein Schaf. Der Vater eines guten Freundes von mir, der hat eine Schafzucht. Und von diesem Mann habe ich gelernt, dass man Schafe wirklich liebhaben kann. Das sind sehr, sehr liebenswürdige Schafzucht. Vor einiger Zeit war mal in einer Zeitung ein Bericht von einer Schriftstellerin, die sich so eine Auszeit genommen hat und an die Nordsee gezogen ist und sich dann jeden Tag an den Deich gesetzt hat, da wo eine Schafherde auch weidete, und hat einfach mal geguckt, was passiert. Und dann hat sie die Erfahrung gemacht, wenn sie da still saß und las oder schrieb, dann passierte erstmal gar nichts, aber so am zweiten, dritten Tag, dann kam das erste Schaf, Gucke. Dann gab es die ganz Frechen, dann gab es die, bei denen war eindeutig wahrnehmbar, dass die eigentlich nur was zu fressen haben wollten. Und dann gab es natürlich auch die, die so schön im Hintergrund blieben und sich das Ganze aus der Distanz anschauen wollten. Und es gab wohl so ein, zwei Schafe, so hat sie dann beschrieben, die im Laufe der Wochen, wo sie da saß, immer zutraulicher wurden. Die kamen wohl jeden Tag und haben sich irgendwie an diese Frau gewöhnt und andersherum auch. Sie hatte auch den Eindruck, ich gewöhne mich an diese Tiere. Und dann beschreibt sie auch so die Erfahrung, wie sie durch dieses Zusammensein mit den Tieren so den Eindruck hat zumindest, man kann jetzt die Schafe nicht fragen, aber wie sie den Eindruck hat, ich verstehe die immer besser. So, was die wollen, wie die denken. Manchmal hatte man fast den Eindruck, dass die Schafe auch so etwas hinterhältige Gedanken haben, man weiß. Ja, liebe Firmlinge, jetzt bin ich kein Schafflüsterer und musste mich ein bisschen in das Seelenleben der Schafe auch einlesen und habe das gemacht, indem ich einfach mal auf eine Homepage gegangen bin. Da gibt es so, für Schafzüchter und Schafexperten gibt es da also Informationen. Und da lese ich folgenden Text. Tatsächlich ist eine Schafherde ohne den Hirten kaum lebensfähig. Schafe gehören zu den Tiergattungen, die sich an den Menschen gewöhnt haben und von ihnen abhängig geworden sind. Schafe sind sanfte Tiere. Sie sind sozial und kennen Gefühle wie Angst, Mut, Verzweiflung, Langeweile, Ekel und Glück. Bei ihnen herrscht eine klare Rangordnung, die von den Stärkeren dominiert wird. Bei Gefahr suchen sie die Mitte der Erde, die bringen sich in Sicherheit. Das heißt, die Schafen verstecken sich hinter den Schwachen und die Schwachen, die dürfen dann vom Wolf gerissen werden. Das hat mich jetzt nicht so besonders angesprochen, aber man merkt irgendwo auch ein normales Verhalten. Diese Schafe sind von menschlicher Pflege abhängig und man muss ihre Strafe lernen, um ein guter Hirn sein zu können. Sie braucht Geduld, Ruhe und Übung im Umgang mit den Tieren. Die Herde braucht unbedingt Schutz vor den Angriffen wilder Tiere. Allein kann ein Schaf nicht leben. Der Schaf ist ein ausgesprochenes Herdenleben. Ja, liebe Firmlinge, Schwestern und Brüder, mir ging so ein bisschen der Satz durch den Kopf. Schafe sind irgendwie auch nur Menschen. Also ganz viel, was hier von Schafen berichtet ist, finden wir auch im Umgang von Menschen untereinander. Menschen sind Gemeinschaftswesen. Ohne Gemeinschaft gehen wir kaputt, gehen wir ein. Das ist ja im Moment auch so ein bisschen das Schwierige an dieser Corona-Situation, dass wir eigentlich das, was uns Menschen menschlich macht, dass wir das nicht so leben können, wie wir es eigentlich brauchen. Ich hatte in den letzten Wochen, vielleicht habt ihr es im Netz auch gesehen, ich hatte so mehrere Jugendaktionen gemacht, um mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen über ihre Situation jetzt in diesen Wochen oder Monaten der Corona-Pandemie. Das erlebt ihr ja genauso. Dieses Alleinsein, Freundschaften nicht so pflegen zu können, wie man das vielleicht möchte, auch zu Hause zu lernen, das sind ja alles Bedingungen, die sehr schwierig sind. Wir merken tatsächlich noch einmal, dass wir ohne Gemeinschaft, ohne den anderen Menschen einfach nichts auskommen. Wir brauchen einen. Und das ist wirklich die große Hoffnung, dass wir möglichst bald auch wieder zu einer Normalität finden. Und das ist ja letztlich auch Kirche. Ich kann auch glauben nicht ohne Gemeinschaft. Wenn mir manchmal Menschen sagen, ich will das gar nicht moralisch, vielleicht möchte das gar nicht werden, aber wenn Menschen mir sagen, ich kann auch alleine glauben, das wäre mal zu überprüfen, wie tragfähig so ein Glaube ist. Denn das kann ich aus meiner Lebenserfahrung und Lebensgeschichte auch sagen. Natürlich gibt es auf einem Glaubensweg auch Höhen und Tiefen. Mal ist Gott sehr nah in meinen Gefühlen, sozusagen in meinem Glauben, in meinem Beten. Und manchmal ist er nicht so erfahrbar. Und das sind Höhen und Tiefen, da hilft mir eine Gemeinschaft. Ich habe oft erlebt, dass in mancher Krisenzeit, auch in der Kirche, jemand da war, der einfach gesagt hat, komm, ich gehe mit dir. Ich glaube für dich. Ich bete für dich. Du bist mir nicht egal. Und das heißt für mich eigentlich Kirche. Dass man sich gegenseitig im Glauben mitnimmt, gegenseitig im Glauben stützt. Im Gebet, in den Gottesdiensten auch diese Gemeinschaft feiert. Und natürlich kann man fragen, was bringt mir etwa das Gebet der Gottesdienste. Aber ich sage auch manchmal meinen Leuten, meinen Jugendlichen, auch den Erwachsenen, hier bedeutet auch mir was. Es ist nicht immer nur die Frage, was bringt euch das. Wir brauchen einen. Das ist einfach das, was ich heute euch auch mitgeben will. Jesus, der Gute, Hirt. Er ist zu ihm gekommen, Kranke, Menschen mit Schuld, Menschen vom Rand der Gesellschaft. Und sie haben bei ihm erlebt, dass er sie angeschaut hat, dass er sie berührt hat und dass sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise heil geworden sind. Dass sie bei ihm wirklich die Erfahrung machen durften, dieser Jesus ist für dich da. Er berührt dich, er schaut dich an. Und dein Leben ist anders. Hat ein Fundament. Hat einen Freund. Hat jemanden, der dir Beziehung und Nähe zu Gott schenkt. Und wenn er geredet hat, wenn er gesprochen hat, dann heißt es an manchen Stellen in den Evangelien, er sprach in einer Art und Weise, dass die Leute gesagt haben, der hat was zu sagen. Der lehrt, der redet mit Vollmacht. Der redet nicht so einfach daher. Der weiß, wovon er spricht. Und bis heute sind Menschen von diesem Jesus fasziniert. Und ich merke auch, ich bin jetzt 28 Jahre Priester, ich merke auch, je mehr ich mich mit ihm beschäftige, desto mehr gibt es bei diesem Jesus immer noch zu entdecken. Ich werde mit ihm nie fertig. Das ist eigentlich wie in einer, ich sage es jetzt mal vielleicht ein bisschen pathetisch, das ist wie in einer Geschichte zwischen verliebten Menschen oder Menschen, die sich lieben. Auch da wird hoffentlich nie der Punkt kommen, wo man sagt, ich bin mit dir fertig, ich weiß jetzt genau, sondern, dass man immer noch sagt, der andere Mensch, und Jesus ist das für mich auch, ist immer noch auch ein Stück Geheimnis, dem ich auf die Spur kommen möchte. Und deswegen beschäftige ich mich jeden Tag mit ihm und versuche diese Freundschaft zu ihm auch zu pflegen. Denn auch da, wie in einer Beziehung zwischen Menschen, muss ich auch zu ihm die Freundschaft pflegen, ich muss sie lebendig halten. Wenn Jesus sich als der gute Hirt bezeichnet, dann ist heute an einem solchen Tag der Firmung noch einmal für euch wirklich das ganz, ganz dicke Versprechen, dass er seine Freundschaft nie aufkündigt, auch wenn Menschen ihn manchmal vergessen. Er bleibt. Und er bleibt der Freund, er bleibt der gute Hirt, er bleibt der, der für euch, der für uns da ist, in seinem Geist, der in euch wohnt und der euch geschenkt ist. Und wenn ich den guten Hirten kenne, dann werde ich vielleicht auch ein Gespür dafür entwickeln, dass es schlechte Hirten gibt. Es gibt in dieser Welt Menschen, die erklären sich zu Hirten. Und da sagt die Bibel, das sind Menschen, die sich eigentlich nur am Fleisch und an der Wolle hinwischen. Und zwar bewerten die euch nach dem, was ihr ihnen bringt. Ihr werdet solche Menschen kennen. Das sind keine heilenden, heilsamen Beziehungen. Wenn ich den guten Hirten kenne, werde ich vielleicht ein bisschen sensibler dafür, wenn Menschen mich nur bewerten nach dem, was ich kann, was ich habe, was ich leiste, was ich für sie bringe. Denn dieser gute Hirte sagt, euch sagt mir, dass ich eine Bedeutung habe, einen Wert habe, unabhängig von dem, was ich habe, unabhängig von dem, was ich kann, unabhängig von dem, was ich leiste, sondern ich bin einfach für ihn ein geliebter Mensch, weil ich da bin. Darum geht es heute in der Firmung. Und wir sind alle irgendwie scharfe. Wir brauchen alle irgendwo diese Zuhörungen. Und dann ist dieses Schafbild für mich gar kein Schimpfwort, sondern hat auch irgendwas sehr Natürliches. Ich bin auf Hilfe angewiesen, ihr seid auf Hilfe. Wir brauchen einander, ich brauche Christus, wir brauchen... Aber wir sind auch irgendwo alle zum Hirten dienst, die sind für andere. Wachsam zu sein, aufmerksam zu sein für das, was der andere braucht. Interesse zu haben an dem, was den anderen bewegt. Immer wieder auch ins Gewissen zu gehen und zu sehen, bin ich hoffentlich keiner, der den anderen nur bewertet nach dem, was er hat, was er leistet, was er kann, wie viel Geld er hat. Sondern, dass ich wirklich bemüht bin, den anderen Menschen zu sehen als jemanden, der einen Wert, eine Würde in sich hat. Wir sind alle zu diesem Hirten Dienst berufen. Menschen zu sein für andere. Und auch das kann ich vom guten Hirten lernen. Liebe Firmlinge, wenn ihr gleich gefirmt werdet und dem Geist Gottes noch einmal neu geschenkt bekommt, dann möge euch dieser Geist begleiten. Dass ihr wirklich erkennt, zum einen, dieser gute Hirte geht mit und zum zweiten, aufmerksam bleibt für das, wo euer Hirten Dienst sein könnte in dieser Welt für andere Menschen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du wirst wiederkommen, wenn die ganze Welt eins in Heil und Frieden lebt. Du bist meine Stärke, du bist meine Kraft. Herr, du bist mein Friede, nimmst mir alle Last. Ich will nur dir stehen, denn ich weiß, dass deine starke Hand wie immer trägt. Herr, wenn ich versage, bleibst du doch bei mir. Und du hilfst mir weitergehen. Herr, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Herr, du bist mein Gott, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Und du bist mein Gott, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Allmächtiger Gott, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Du bist mein Gott, du bist mein Gott, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Du bist mein Gott, du bist mein Gott. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist in Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht durch Christus, unseren Herrn. Vielen Dank. 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 Herr Jesus Christus, sende aus deinem Geist, und das Antlitz, vor seinem Tod, Amen. Christus, durch Christus, und die den Chören der Engel, das Lob deiner Herzlichkeit. Du bist heilig, du bringst heil, bist die Fülle mir ein Teil der Geschichte, die du weibst. Gott, wir danken dir, du liebst, bitte unter uns im Geist, der Lebendigkeit vereist. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Alle Welt schaue auf dich, Halleluja, Halleluja, Halleluja für dich. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als dem Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitte. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilig sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, rachte es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Segen, dies zu meinem Geist. Geheimnis des Glaubens Geheimnis des Glaubens Dein Tod, O Herr, verkündet mir, für deine Auferstehung preisen wir, wie du kommst, den Herrn. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bedenken, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen. Wir bedenken, deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollendet eine folgige Lüge, feiern unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Peter und alle Bischöfen, unseren Priester, Missionaren, Ordensleuten, Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt und auch bereit sind, und das ganze Volk für alle Erlisten. Wir bedenken, alle unsere Brüder und Schwestern, wir entschlafen sie mit der Hoffnung, dass sie aufstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschickt sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von an Gesicht zu an. Vater, erbarbe dich über uns alle, damit ich das ewige Leben zuteilge, in der Gemeinschaft, mit der Segenjungsfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem Heiligen Josef, mit einem Apostel, dem Märtyrer, dem Heiligen Stephanus, dem Heiligen Karl Borromeus, dem Heiligen Ephazius, dem Apostelchüsten Petrus und Paulus, dem Heiligen Cecilia, dem Heiligen Hilfegarten, dem Heiligen Markus, dem Heiligen Gnade, von Loyola, unserer Taufpatrone, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von einem Beginn der Welt, dass wir dich loben und bereisen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Ehren. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrungen und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, was Jesus Christus erwarten wird. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast den Tod besiegt. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens. Wir finden eine ungefährliche Variante. Gottes Land, das da starrt, du nimmst die Welt, die Sünden der Welt. Erwärm' dich, Gott, das da starrt, du nimmst in mich die Sünden der Welt. Erwärm' dich, Gott, das da starrt, Gott, das da starrt, du nimmst die Welt, die Sünden der Welt. Geben wir uns den Frieden, Geben wir uns den Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesungen. Der Leib Christi. Amen. Die Sünde der Leib Christi. Geben wir uns den Frieden. I sing holy, holy, holy I sing holy, grateful praise Go to May, see earth and heaven Come and save me from all, say Oh, so yes, I am leading right in your arms I sing holy, holy, holy I sing holy, grateful praise God who makes a light and a curse Come and save me from all, say Oh, so yes, I am leading right in your arms I sing holy, 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 holy Holy, 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 I sing holy, grateful praise Father, Son, and Holy Spirit Come and save me from all, say Oh, so yes, I am leading right in your arms Oh, so yes, I am leading right in your arms Oh, so yes, I am leading right in your arms Oh, so yes, I am leading right in your arms Oh, so yes, I am leading right in your arms Vielen Dank. 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 Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr heute hier seid. Dass sich Jugendliche offen zum christlichen Glauben bekennen, ist nicht in. Chillen, chillen, abhängen, Social Media, viel cooler. Aber das wisst ihr ja besser als ich. Einige von euch erinnert. Beteiligen und beteiligen und beteiligen und beteiligen und beteiligen und etwas bewegen. Und das ist ein Kreis euren Tag, bewahrt euch das Feuer des Glaubens im Herzen. Wir freuen uns als Gemeinde. Wir freuen uns auf euch und werden euch auf euch und werden euch jederzeit unterstützen. Danke. Liebe Neu- und beteiligen und beteiligen. an die Patin, an die Paten, an die Patin, an die Patin und beteiligen, die Angriffe, die an die Patin und Patin und Paten, eure Eltern, die Familien, alle, die euch verbunden sind. Geht den Weg des Glaubens, der gute Hirt schenkt euch seine Freundschaft. Ich darf Danke sagen allen, die in der Firmenvorbereitung in diesen durchaus herausfordernden Zeiten mitgewirkt haben und dieses Feuer tatsächlich über lange Zeit bei euch auch mitgeholfen haben, am Brennen zu halten. Aber jeder Einzelne ist natürlich auch für den eigenen Glaubensweg immer auch selbst und eigen verantwortlich. Das ist dann eben auch die Firmung, die dazu noch einmal kräftig und stärkt und hoffentlich auch ein wenig Mut macht. Gelehrt euch nicht aus dem Blick, dass ihr euch gegenseitig im Glauben stärkt. Ich darf Danke sagen, denen, die in der Vorbereitung tätig waren, Pfarrer Schaffner, aber auch unserem Musiker, der wirklich hervorragende solistische Qualitäten an den Tag gelegt hat. Vielen Dank. Im Rahmen der Corona-Möglichkeiten war das hervorragend. Auch ich danke den Schwestern hier und wünsche euch einen wirklich frohen Tag in der vertrauten Runde, so wie das im Moment nun ist. Stellen wir uns unter Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen und nun an gesegnet. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Länge auf uns deinen Frieden. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freunde auszuweiten. In der Braulichkeit, mitten in dem Leid. Lass uns deine Boten sein. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In den Stein der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden. Der nur dort beginnt, wo man wie ein Kind deinem Wort Vertrauen schenkt. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. Segnet, halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft.